Hallo! Willst du in die Stadt gehen, mit mir, Kbotten kaufen? Ja! Super! Ah! Hast du das im Wort? Was? Nein! Das ist L, das gefällt mir nicht. Brauchst du ein Schlauchhanschen? Nein, nicht. Wenn ich schon war, wenn ich schon habe zwei. Schade. Du bist da. Das ist so gut. Ah, meine Augen! Sie brennen! Wie sieht das aus? Ich finde das schön. Und das bleibt gut. Oh nein! Hallo! Oh! 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 Ja! Ja! Das ist so gut! Das ist so gut! Das ist so gut! Das ist so gut! Nein! Nein! Das ist so gut! Oh! Das ist so gut! 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 Und das kostet das! was kostet das? Zweierl! Zweierl. Das ist so gut! Das kostet zwei Euro und das kostet drei Euro. Ich habe sechs Euro. Du bist drei. Nein. Ich kaufe das, du kaufe das. Ich habe hier und sie kostet drei Euro. Ich kaufe sie. Danke.